Hallo ihr Lieben, in diesem Video teile ich euch eine wunderbare Idee mit Zitrone. Alles was man machen kann mit einer frischen Zitrone. Einfach in kleine Stücke schneiden, mit Schale. Das ist ein wunderbares Rezept. Schaut euch das Video bis zum Ende an. Ihr werdet begeistert sein von dieser Idee. Dann alles im Mixer tun, die ganze Zitrone mit Schale. Dazu geben wir 2-3 Esslöffel Salz. Alles wird im Mixer fein gemixt. Danach durch ein Sieb absieben. Und dazu geben wir Spülmittel. Geschirrspülmittel 2-3 Esslöffel. Alles wieder umruhen und in eine Form von Eis einfrieren. Mit diesen Kugelchen kannst du jetzt alles im Haus sauber machen. Du kannst den Abfluss vom Waschbecken befreien in ein paar Minuten. Einfach 2-3 Kugeln in Abfluss tun. Heißes Wasser übergießen. Und du wirst dir wundern, wie schnell die. Die duftet wirklich fantastisch. Diese Zitrone. Universal Reinigungsmittel. Schnell, günstig und umweltfreundlich. Eine Bratpfanne kannst du super sauber machen damit. Ich habe euch nur ein paar Beispiele gezeigt. Eine Schale. Eine Dose von Eis habe ich in meinem Fall sauber gemacht. Die Bratpfanne. Abfluss befreien. Die Toilette glänzt wirklich und duftet wunderbar. Die ganze Bad nach Zitrone. Probiert ihr selber diese wunderbare Rezept. Ihr werdet begeistert sein. Schau an wie weiß und glänzt unsere Toilette wieder. Salz desinfiziert und Zitrone versteckt die Reinigungskraft und gibt ein besonderes schönen Duft. Ich habe hier die Tür von Flecken sauber gemacht. Die Armaturen und Waschbecken. Schau an wie schmutzig und fleckig die Waschbecken ist oder die Armaturen alles. Mit einem Schwamm kurz reinigen. Die Boden sogar kannst du Wasser in eine Schüssel mit heißem Wasser gießen und die Boden wird wirklich sauber wie neu aussehen. Und glänzt durch diese wunderbare Reinigungsmittel. 3 in 1 Probiere diese Tipps unbedingt mal aus. Es wird euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.